Das soll verstehen, wer will. Du bist doch nun wirklich nicht meine Problemgröße. Warum muss ich mich ausgerechnet mit so einer halben Portion befassen? Unsere Organisation, die ist wie ein Haus. Ich bin ein Stein, er ist einer und sie auch. Und wenn man einen rausbricht, bloß einen einzigen, dann ist die Katastrophe dran. Ach, Toni, du machst mich rasend. Du bist ein ganz gefährlicher. Warst du ehrlich? Dafür hat der Junge einen Orden verdient. Das soll eine Schreckschraube. Mama! Die Welt ist so groß. Und du hättest in dieser Nacht überall sein können. Verlebt und unglücklich. Doch ich vergesse meinen Schmerz, wenn ich dich nur ansehe. Du bist so schön. Toni! Oh, Entschuldige. Oh, Toni, mein Toni, ist dir was passiert? Hatte dir sehr wehgetan. Das Leben ist ein Rock'n'Roll. Wir sind auch nur Menschen. Aber Sie sehen, wir sind sportliche Verlierer, nicht wahr? Und wenn wir bezahlen müssen, bezahlen wir auch. Schon mal gesehen sowas? Lieutenant Parker Sonderdezernat. Ich verhafte Sie wegen Mordes. Dann wär's mal wieder soweit, Jungs. Geht's besser. Na, hör dir das an. Die finden diesmal überhaupt kein Ende. Ich geh mal nach selbst. Baby, ich möchte dich heiraten morgen früh, wenn die Lerche steigt. Rat mal, wohin wir unsere Hochzeitsreise machen werden. Wohin, Toni? Nach Italien. Von Nicoli, von Nicola. Italien. Das Märchenland der Liebe.